In der ersten Seite fahre ich den Boxner, das erste Start zum Brustkreis von Stadträmpferin. Und er wird es heute gefahren. Murakam wiederwächtet einen guten Start in Rot und Weiß. Hier ist meine Spitze. Und jetzt, einer Schleppensgefährten, ganz innen Pueblo. Dann ist Jamori an der Außenseite zu erkennen, die wir in Pueblo haben. Ja, das darf ich sagen. Haben die Stadträmpfer, ich предmal die ich auf der Reihe Mal mit. Mit Matioli einige Bälle, die jetzt hätte ich die Hand gehen. Vorher ist Kurkamm. Vorher geht es jetzt. Jamori, mir Uleröngel, Außenseite. Metin, Unikonstant, vierter Stelle. Liebe Kilian, Matioli und ganz außen. Yasakisa, vorderengarten, mit Pumekapi, gewollt von Raphaelik und Fiesta. Dann die Oberrückte mit Javorin, Mathioli, mit dem Bürgi, Guido, Papi, Serro und die Anzahl der Frau, Peter, Safi, Sand. So das Ende der einzigen Gegenseite mit den beiden Tschüss, den Frau, Peter, Sherwin, Front. Jetzt nach außen, wo der Papi geht, ein Rückweg bis zu Javorin und Mathioli und Guido, an letzter Stelle, Peter, Safi, Sand. Vorher haben wir von Fiesta Bier, ein Pura-Kobie, dort wiedergerührt wird, nach der linken Pura-Kobie, die jetzt doch schon angeschoben wurden, anzunehmen, Javorin, an der dritten Stelle, auf Fiesta, übernimmt jetzt die Spitze. Dann Pura-Kobie geht nicht noch mit der Schlacht, von hinten versucht, Guido hat zurück, besser geliebt, ist Javorin und der Safi, Sand, Mathioli, Schein, Liebeschlag, vorne ist Fiesta. Er ist auch unter Kontrollen, welche ответ sind, den 22. Anzahl aus dem Tore, und das sagt, wie gesagt, vorne ist Fiesta. Wir haben hier den Geisel dabei geführt, auf alle Seite und haben hier noch mit der Stelle, Fiesta gab es hier. Ein Pura-Kobie geht nicht noch mit der Schaden, Fiesta kam es hier, Fiesta kam es wieder. Und das war tief, 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 das war tief. Vielen Dank.